Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. I think tourism, is it stable enough to have it as a goal to build such a project? I mean, I mean, bringing two cities together takes more than only pleasure and lots and the museums and so on. Okay. It's true that there is a very high dominant aspect of the project. It's not the main goal. I mean, it's a very important part of the project. 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 I'm doing a very important part of the project. It's a very important part of the project. I'm looking at the project. It's a very important part of the project. Ja, 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 ja. We have to leave this space Wir werden versuchen, diese Umgebung anzielen. Und wir werden es bei den Garten. Okay? Es ist ein Boot für Big Bols, in dieser Bereich der Parking des Roblox. Ja, so to track the boats, you need to find your facilities right there And we'll have a particular boat The boat can pull out the boats from in the textbook The boat can also be stationed We have a lot of boats And the boat can actually be put so many boats We have to go to the boat The boat can only transfer from the boat Es ist eine große Herausforderung. Es ist zu groß, um zu verstehen, was es ist, ich denke, weil es ist, wie viele Acre sind, wie viele Acre sind, und um zu verstehen, ist es sehr schwer. Aber während der Präsentation und der Propaganda habe ich dieses Gefühl, dass es ein Tourist-Paradise wird. Und ich habe meine Frage auf das, weil ich glaube, dass es nicht sehr stabile ist, um zu bauen für diesen typen Gruppen zu bauen. Aber auf der anderen Seite, ich denke, es ist eine sehr gute Initiative, um zu tun mit diesem Bereich zu tun, weil es ein sehr potenziell Bereich ist. Es ist sehr interessant, es ist sehr schön. Aber was zu tun mit dem? Es ist schwer. Ich habe meine Fragen, und das ist es. Die Projekte hier in Rabat und Salais sind sehr großartig, wie viele Projekte in Norco. Es ist sehr interessant, dass wir diese Projekte sehen können, denn die Deutschen Projekte sind oft auf eine sehr kleinere Ebene. Und es ist schwer zu verstehen, dass diese Tourist-Tourist-Touren passiert hier. Aber ich verstehe, dass die Lande sich selbst entwickeln, und das ist vielleicht ein guter Weg zu tun. Ich bin sehr gespannt, wie es funktioniert, für die gesamte Region für die gesamte Region, von Rabat und Salais. Ich denke, es ist ziemlich beeindruckend. Ich werde vielleicht wieder zurück in 10 Jahre, und dann sehen wir, wie es funktioniert. Ich denke, es ist sehr schön geworden. Du kannst jetzt den Potenzial der Region sehen, und es sieht gut aus wie Zukunft Tourist-Tourismus. Ich habe wirklich gefühlt die Visite in Salais. Wir besuchen die Olde Medina und die Olde Mosque. Was ich wirklich gefühlt über die Visite ist, ist, dass es viele Restoration gibt. Und ich denke, das ist eine sehr gute Investition in deinem Herzen. Und das ist ein sehr guter Investition in deinem Herzen. um es zu halten. Und was über die Medina und das Potenzial zu werden, um ein Touristisches Ort zu werden? Ich denke, ich denke, dass du diese Ambition um diese Stadt zu machen, um diese Stadt zu machen. Ich denke, ich habe auch nicht die Idee, dass sie es für Touristen restaurieren. Nein, ich denke, es ist nicht notwendig. Ich bin wirklich beeindruckt von der Medina heute. Es war ein sehr schönes Geburt. Und es ist wirklich schön, wie ein altes Geburt wie dieser funktioniert oder funktioniert in der Stadt. Und die Tour der Medina war ziemlich kurz, aber es ist unglaublich, zu sehen, wie eine Struktur wie dieser und wie es funktioniert heute. Ich liebe die Stadt. Es ist die Medina. Es ist sehr schön. Und mit Rabat ist es eine interessante Kombination. Und es ist ein sehr schönes Stadt in Morocco, aber es ist ein schönes Stadt. – Ich liebe die Stadt! – Ich liebe die Stadt! – Ich liebe die Stadt! Untertitelung des ZDF, 2020